Mit dem Operation Motherland Update zu Ghost Recon Breakpoint haben wir neben dem wirklich großen Conquest Modus auch viele größere und kleinere Änderungen und Verbesserungen erhalten. Eine dieser Änderungen bzw. Verbesserungen, jedenfalls in meinen Augen, ist die optische Tarnung. Durch die optische Tarnung bekommt ihr nochmal neue taktische Möglichkeiten und sie bringt einen eigenen Skill Tree mit sich. Und diesen Skill Tree, den levelt ihr nicht einfach mit eurem Level, sondern mit sogenannten Tarnungspunkten. Und von denen braucht ihr nicht gerade wenige, denn gerade auf den späteren Stufen sind die Erhöhungen der einzelnen Perks doch recht teuer. Die Tarnungspunkte könnt ihr genauso wie die Fertigkeitspunkte in Kisten finden und diese Kisten sind zumeist in Lagern versteckt. Aber wirklich gezielt danach suchen ist schwierig, denn nicht in jedem Lager findet sich auch eine Kiste und die Kisten in den Lagern geben euch auch nicht so wirklich viele Punkte. Das heißt, ihr müsst relativ lange suchen und farmen, um euren Skill Tree zu kompletieren. Doch es gibt eine relativ einfache Methode, wie ihr effektiv diese Tarnungspunkte farmen könnt. Und die ist sogar relativ easy und ihr müsst euch nicht tot suchen. Denn wie gesagt, diese Kisten sind nicht in jedem Lager zu finden, aber sie sind bei jedem Behemoth zu finden. Und in den Kisten bei den Behemoths sind auch ganze 1000 Punkte drin. Das heißt, man kann relativ effektiv dort nach Punkten farmen. Und der gute Nebeneffekt ist, dass euch die Behemoths eben auf der Karte angezeigt werden. Die haben ihr eigenes kleines Symbol, das kennt ihr wahrscheinlich. Das heißt, ihr könnt wirklich gezielt ein Behemoth nach dem anderen abfliegen und dort diese Punkte farmen. Und auch in keinen anderen Kisten sind so viele Punkte drin wie eben an diesen speziellen Locations. Das bedeutet, wenn ihr wirklich ganz schnell diesen Skill Tree voll haben wollt, dann stellt eure Schwierigkeit einfach komplett runter. Die hat nämlich keinen Einfluss darauf, wie viele Punkte in den Kisten drin sind. Danach sucht ihr euch ein Behemoth aus. Am besten, also ich habe zum Beispiel ganz im Norden angefangen und bin dann nach Süden durchgegangen. Und klappert dann einen nach dem anderen ab. Das Praktische an der Sache ist, natürlich könnt ihr jeden einzelnen Behemoth auch ausschalten, aber ihr müsst es nicht. Die Kisten seht ihr ja gleich auf der Map. Also bedeutet, entweder sneakt ihr euch rein oder fliegt mit einem Hubschrauber so ran, dass ihr rein rennt. Habt ihr den leichten Schwierigkeitsgrad aktiviert, dann nehmt ihr sowieso nicht so viel Schaden. Und dann ist es auf jeden Fall auch immer möglich, selbst wenn ihr entdeckt werdet, einfach reinzurennen, die Kiste zu leeren, abzuhauen und zum nächsten Punkt zu gehen. Natürlich könnt ihr auch jeden einzelnen Behemoth ausschalten, das macht die Sache dann vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen spannender. Aber wem es darum geht, seinen Skilltree möglichst schnell voll zu kriegen, der rennt halt rein, holt sich die Punkte raus, fliegt zum nächsten Punkt und so weiter. Mit dieser Taktik müsstet ihr am Ende so gut wie den kompletten Skilltree freigeschaltet haben. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Video ein wenig helfen. Wenn ihr noch gute Ideen habt, wo es Punkte zu farmen gibt oder sonst etwas anzumerken habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Ghost Recon versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ein Gehau. 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 Gehau.